Hallo meine durchgeknallten Otakus und herzlich willkommen zum wirklich letzten Teil meines Manga-Jahres-Rückblicks 2020, der dieses Mal wirklich lang ausgefallen ist, weil ich wirklich viel gelesen habe im Jahr 2020 tatsächlich, Gott sei Dank. Endlich mal habe ich es geschafft, mein Ziel zu erreichen. So, Band 39 habe ich hier auch noch... ...schon wieder ein bisschen höher, hier mit dem Stativ. Also ihr seht schon, hier wurde es heiß. Es ging nämlich um Brandstiftung. Zu dem Zeitpunkt, wo ich den Band gelesen habe, dümpelte sie tatsächlich noch irgendwo im 38. Band rum. Und da habe ich für mich beschlossen, eben von dieser jeden Tag ein Manga-Band-Challenge wegzugehen, weil mir das einfach zu stressig geworden ist. Und für mich beschlossen, eben ab da jeden Tag nur noch einen kompletten Fall zu lesen. Also immer so circa drei Kapitel. Am liebsten hätte ich den nächsten Band, muss ich sagen, ehrlicherweise komplett geskippt, weil es ja erst in Band 41 so richtig losgeht mit Jodie, Saint-Emilion und Wermuth. Aber gut Ding will Weiler haben. Also hier Band 40, den ich am liebsten geskippt hätte. Ich habe den sogar in der Erstaufschlage mit Stickerseite, wie man sehen kann, wobei ich nicht mehr alle Sticker hier drinne habe. Und noch zwei sind mir geblieben. Ja, die habe ich verwendet. Ach, hier sieht man übrigens die erste große Liebe von Professor Agasa. Gut, dass ich den Band nicht geskippt habe übrigens. So much romance going on! Also Takagi und Miwaku Sato sind sich nochmal ein gutes Stück näher gekommen in dem Band. Und sogar Professor Agasa hat seine eigene Love Story bekommen, bei der es sich tatsächlich um drei Kapitel handelt, die bisher noch nicht in der deutschen Fassung des Animes vorkamen. Das heißt, damit habe ich jetzt sogar schon den Dub-Guckern etwas voraus. Ja, also wenn ihr da draußen bisher nur die deutschen Folgen euch mit deutscher Synchro angeguckt habt von Detective Conan, gibt es einen Fall, den ich gelesen habe im Manga, den ihr noch nicht kennt, der erst später noch kommen wird, falls ProSiebenEx jemals eine weitere Staffel ausstrahlen wird. Ella Badge. Und gerade diese Geschichte war auch mein absolutes Highlight in dem Band. So schön! Aber what the fuck? Sechs Seiten Detektiv-Lexikon hinten im Band. Ich dachte, das nimmt gar kein Ende mehr. Ja, kann ich euch gerade mal zeigen. Normalerweise ist ja in jedem Band immer nur ein Detektiv-Lexikon und es wird immer nur ein Detektiv vorgestellt. Aber hier haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also wurden halt schon richtig viele reingepackt, die erst in den nächsten Bänden kommen und halt welche, die in vorherigen Bänden hätten kommen sollen schon. Gut, dann haben wir hier Band 41. Ein bisschen höher hier im Stativ, so. Damit ihr das besser sehen könnt. Endlich mal mit Akabin Yano, als Schwester, hinten drauf. Hat ja auch sehr lange auf sich warten lassen. Ja, ich hatte eigentlich Wichtigeres zu tun. Also auch da musste ich mich auf eine Prüfung vorbereiten eigentlich. Aber es war einfach so spannend, dass ich beim besten Willen nicht aufhören konnte, weiterzulesen. Und ich hatte so das Gefühl, dass der Band danach, also Band 42, das absolute Highlight der kompletten Reihe darstellen würde. Also mal abgesehen von dem großen Finale, wenn die Serie irgendwann wirklich mal endlich zum Ende kommt. In circa 100 Jahren. Und krass, dass es einfach mal 23 Bände gedauert hat, bis jemand bemerkt hat, dass Eigefühle für Conan hat. So, Funfact am Rande. Und jetzt kommen wir zum bisher letzten Band, den ich von Detective Conan gelesen habe. Band 42, der legendäre. Ich glaube, das ist echt der spannendste Band der Reihe. Zumindest so weit, wie ich halt gelesen habe. Ja, ein absolutes What-the-Fuck-Festival. Anders kann man den Band gar nicht beschreiben. Ich wurde nicht enttäuscht, es war einfach nur episch. Und damit hätte ich genauso viele Detective Conan-Bände gelesen, wie Dragon Ball insgesamt hat. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ist ja auch so eine Art Meilenstein, kann man sagen. Aber es sind immer noch fünf Bände, bis ich endlich auf dem deutschen Stand des Animes bin. Ich werde mir auch Band 43 und 44 auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich heute dann im Laufe des Tages zu meinem Freund fahre, für die Zugfahrt. Obwohl, ich kann ja drei Bände sogar mitnehmen. Ich kriege, glaube ich, drei Bände in meine Special-Brotdose, wo ich meine Mangas immer verstaue, damit die keinen Schaden nehmen bei der Fahrt. Könnte ich auch drei Bände mitnehmen. Mal sehen. Wobei ich kaum glaube, dass ich drei Bände schaffe, in der Zeit, wo ich halt bei ihm bin. Weil jetzt stehen ja die ultimativen Community Days an, wo nochmal alle Pokémon aus den bisherigen zwei Jahren verfügbar sein werden. Ich denke mal, da werden wir viel, viel Pokémon Go spielen. Und wenig Zeit wird bleiben, um Mangas zu leben. Aber ja, sicher ist sicher. Ja, genau. Also deswegen, alles, was ich jetzt noch lese nach dem 11.12., wird dann jetzt noch hinten dran gehängt an diesem Videopart. Falls da nichts mehr dazu kommt, was ich nicht glaube, sage ich jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Ja, was ihr hier sehen könnt, ist tatsächlich mein einziger Nachtrag. Also von Ken Akamatsu, dem Lafina und Magister Nigi Maggi und Yuki Holder Mangaka, My Center Forever, Einzelband von EMA, hatte ich mir irgendwann Anfang des Jahres gekauft und habe dann beschlossen, den lese ich dann an Weihnachten, um mich in Stimmung zu bringen. Und ja, ich habe es halt auch durchgezogen dann. Ich meine, ihr seht, der hat nicht viele Seiten, das hat man auch schnell durch. Am ersten Weihnachtsfeiertag habe ich mich dann einfach mal hingesetzt und, ah hier, der hat auch nur 5 Euro gekostet. Obwohl der Hardcover ist, einfach weil er so dünn ist. Ja, weil es halt wirklich nur so ein One-Shot war, also so ein Kapitel-Manga. Wahrscheinlich auch anlässlich Weihnachten dann erschienen in irgendeinem Magazin damals. Naja, auf jeden Fall habe ich da lange einen Bogen drum gemacht, weil ich habe auch den Anime davon, also Itsudate My Center heißt der. Und den fand ich nicht so gut, deshalb. Und, keine Ahnung. Nun hatte ich ja jetzt Lafina komplett und habe Magister Digimagi ein paar Bände geschenkt bekommen von einer Freundin. Da habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf. Gönnst du dir mal den Manga und vergleichst mal so ein bisschen, wie das halt so ist im Vergleich zum Anime, was so die Unterschiede sind und so. Hatte ich auch auf Instagram einen Auszug draus gepostet. Hier wird halt auch noch Ken Akamatsu vorgestellt, seine anderen Werke, also Nigima Magister, Nigimagi und eben Lafina. Und ach ey, I Love You hatte ich auch ganz vergessen zu erwähnen, genau, da habe ich auch den ersten Band geschenkt bekommen. Und hier seht ihr, dass hier dieser One-Shot tatsächlich 1998 schon in Japan erschienen ist und erst 2011 seinen Weg nach Deutschland geschafft hat. Schon krass. Zwölf Jahre später. Ne, 13 Jahre sind das ja sogar. Fast. Da steht auch, It's to date my center ist halt der Originaltitel. Also nach AI Love You und kurz vor Lafina hat er eben diese Weihnachtsgeschichte gezeichnet. Im Schonen-Magazin. Ah, und das war bei Lafina in der Luxus-Ausgabe 2001 mit drin. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann der in Deutschland erschienen ist. Also ob der jetzt auch um die Weihnachtszeit erschienen ist, würde ja Sinn machen. In welchem Monat meine ich jetzt. Aber was ich halt voll cool finde, ist, dass der hinten Farbseiten hat. Wo sie sich dann eben in Santa verwandelt. Das sind doch richtig hübsche Farbseiten. Was meint ihr? Besonders diese Doppelseite hier. Ich überlege gerade, hat er die sogar neu gezeichnet hier für das gedruckte? Nö. Zeichensil hat sich nicht verändert. Also sehr schön gestaltete Edition werde ich auch auf jeden Fall behalten. Eigentlich der Hauptgrund, warum ich es behalte, ist, ich hatte lange Zeit überlegt, die DVD zu verkaufen, weil ich die ja nicht so gut fand, die Anime-Serie. Also erstmal mein Problem mit dem Anime ist halt einfach, dass alle Charaktere so wirken, als hätten sie ADHS. Also der Anime gefällt mir zwar etwas besser als der Manga, ist er halt auch nicht so der Burner. Vor allen Dingen finde ich es halt gut, dass der Anime noch ein bisschen weiter geht als der Manga. Also der Manga hat ja nur ein Kapitel und der Anime hat zwei Folgen. Das heißt, die erste Folge umfasst halt hier dieses Buch und die zweite Folge geht darüber hinaus und führt das noch so ein bisschen fort. Weshalb die Love-Story zwischen Mai und Santa halt ein bisschen besser zur Geltung kommt einfach im Anime. Im Manga war da irgendwie gar nicht so viel zwischen den beiden. Also da hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass es da überhaupt geknistert hat zwischen ihnen. Irgendwie ganz anders als im Anime einfach. Deswegen, also wenn ihr die Wahl habt, dann lieber den Anime gucken. Und ich habe halt diese Limited Edition mal zu Weihnachten bekommen, wo halt auch die Santa-Figur dabei ist. Also Mai als Santa-Figur. Ja, das ist total wührend, weil der männliche Protagonist heißt ja auch Santa. Aber ja, Mai als Santa, als Figur. Und die finde ich halt so schön und stelle sie auch jedes Jahr an Weihnachten immer wieder auf, dass ich mich nicht davon trennen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann ist es auch unnötig, die DVD zu verkaufen, wenn ich die Figur behalte. Also behalte ich einfach alles. Und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn du jetzt schon die DVD behälfst und die Figur, kannst du auch genauso gut dir noch den Manga dazu holen. Also so war dieser Gedankengang. Und dann habe ich mir im Endeffekt halt den Manga auch noch geholt. Und ja, genau. Also habe ich am 25.12. eben gelesen. Und das war halt so der letzte Manga, den ich halt im Jahr 2020 noch geschafft habe. Weil durch diese ganzen Adventskalender-Gewinnspiele und unsere Vorbereitungen für den Detektiv-Connor-Podcast war halt echt nicht viel Zeit zum Manga lesen. Naja, dieses dünne Ding hat man aber schnell durch. Also deswegen. Und es stand halt für mich schon, seit ich den gekauft habe, fest, dass ich ihn an Weihnachten lesen werde. Aber ich muss sagen, ich fand ihn nicht so gut wie die Anime-Adaption, die ich mir dann direkt danach nochmal reingezogen habe, extra, um den direkten Vergleich zu haben. Wie gesagt, es liegt halt für mich hauptsächlich daran, dass ich finde, dass die Liebesgeschichte halt einfach schöner erzählt war und im Manga war da irgendwie nicht so viel Romance. Da war es halt wirklich mehr Comedy. Und der Anime hat die ganze Story auch süßer erzählt mit seinen Eltern und so. Also im Manga sind seine Eltern einfach nur so gleichgültige Husos, kann man sagen. Und im Anime kommt halt raus, dass sie halt voll an ihn denken und einfach halt eine wichtige Aufgabe haben und sich halt um Kinder kümmern, die keine Eltern haben und so. Und ja, was auch ein bisschen weird ist. Ich meine, wenn man ein eigenes Kind hat, warum lässt man das im Stich, um sich um Kinder zu kümmern, die keine Eltern haben? Merkt ihr was? Das gibt irgendwie keinen Sinn. Aber naja, es war auf jeden Fall schöner als im Manga, wo dann erst, als sie ihn küsst und dadurch halt ihn seinen Wunsch erfüllt, dann seine Eltern kommen und ja, hier übrigens kriegt sie neue Playstation und keine Ahnung was. Lotto gewinnen. Und dann kommt so alles auf einmal. Ja. Naja. Also ich kann es nicht empfehlen, ich habe es aber gelesen und wer einfach mal ein Manga sucht für an Weihnachten oder Heiligabend, so zwischen den ganzen Weihnachtsvorbereitungen mal eben schnell wegzulesen, der ist hiermit sicherlich gut beraten, aber noch besser werdet ihr mit dem Anime beraten. Der ist jetzt auch nicht so der Burner, aber eigentlich so ganz knuffig. für alle paar Jahre mal wieder an Weihnachten zu gucken. Noch nicht mal so gut, dass man jedes Jahr an Weihnachten gucken müsste, aber so ab und an, wenn man schon genug Lühweinintos hat, ist das mal ganz nett. Wenn es euch gefallen hat, wie immer liken, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was denn so euer Manga-Jahr 2020 gewesen ist. Also ich erwarte natürlich jetzt nicht, dass ihr mir genauso noch hier einen einzelnen Band aufführen könnt, den ihr gelesen habt das ganze Jahr über. Außer ihr habt halt irgendwie auch so einen Blog oder so, wo man das halt nachvollziehen kann. Aber vielleicht so aus dem Gedächtnis, so was waren so die Manga-Reihen, die ihr gelesen habt, Einzelbände und so. Ich glaube, was einem eher so im Gedächtnis bleibt, sind natürlich die längeren Reihen, die man gelesen hat. Würde mich einfach mal interessieren. Und vielleicht auch, welche Mangas dabei gewesen sind, hier bei meinem Rückblick, die ihr noch gar nicht kanntet oder für die ihr euch jetzt interessiert, also wo ich euer Interesse wecken konnte. Oder vielleicht das Gegenteil, dass da Mangas dabei waren, die ihr euch holen wolltet, aber nachdem ich da ein bisschen was drüber gelabert habe, jetzt doch nicht mehr euch die holen wollt. Ja, genau. Also das würde mich jetzt brennend interessieren. Also auf gar keinen Fall vergessen, es in die Kommentare zu schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit endlich mal wieder neuen Themen. Tschüss! 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 Hahaha! www.chter.te Cambial. Hierzu!